Karzai Keller ist ein ehemaliger US-amerikanischer Fußballtorhüter. Vereinskarriere Seine Karriere begann Keller beim Team der Portland Timbers, bevor er während der Saison 1991 still zum FC Millwall in die englische Premier League wechselte. Nach fünf Jahren beim FC Millwall ging er zur Saison 1996-97 still zu Leicester City. Von Leicester City führte sein Weg in der Saison 1999-2000 still nach Spanien zu Rio Vallecano. Er wechselte im August 2001 zurück in die englische Premier League zu Tottenham Hotspur. Zur Saison 2004-05 wurde er zum FC Southampton ausgeliehen, jedoch war er da nur Ersatzkipper. Deshalb wechselte er in der Winterpause der Saison 2004-05 in die Fußball-Bundesliga zu Borussia Mönchengladbach. Zwar hatte er zu Beginn noch Eingewöhnungsprobleme, doch er mauserte sich am Ende der Saison zum erhofften Rückhalt und hatte große Anteile am Klassenerhalt. Nachdem Trainer Dick Advokat den Trainerposten bei der Borussia räumte, wurden Gerüchte laut, dass Keller nach der Saison wieder in die USA zurückkehrt. Jedoch wurde dies gleich von ihm bestritten und somit hütete er auch in der Saison 2005-06 das Tor von Borussia Mönchengladbach. Für die Saison 2006-07 wurde er von seinen Mitspielern zum Mannschaftskapitän gewählt. Sein Vertrag in Mönchengladbach lief am 30. Juni 2007 aus und wurde danach nicht mehr verlängert. Keller absolvierte insgesamt 78 Bundesligaspiele für die Fohlen und war absoluter Publikumsliebling. Die Fans gaben ihm den Spitznamen The Wall. Kurz vor Ende der Transferphase im Sommer 2007 unterschrieb Keller einen Vertrag beim Premier League-Club FC Fulham. Am 12. August 2008 kündigte die Major League Soccer eine Pressekonferenz für ihr Franchise Seattle Sounders FC für den 14. August an. Um die zweite Runde der Vertragsverpflichtungen für die Season 2009 bekannt zu geben. Der Grund der Pressekonferenz war es bekannt zu geben, dass Kasei Keller in seinen heimischen Bundesstaat Washington zurückkehren wird, um für die neue Mannschaft zu spielen. Er stand beim ersten Spiel der Sounders in der MLS am 19. März 2009 im Tor. Die Mannschaft gewann 3 zu 0 gegen die New York Red Bulls. Außerdem konnte er mit den Sounders den US Open Cup im Jahr 2009 und 2010 gewinnen. Kasei Keller beendete am 3. November 2011 nach dem Aus- im Viertelfinale gegen Real Zeitlake seine Karriere. Nationalmannschaft Keller durchlief verschiedene Jugend- und Junioren-Nationalmannschaften der Vereinigten Staaten. Er nahm unter anderem 1987 und 1989 an der Junioren-Fußball-Weltmeisterschaft teil. Für die USA bestritt der Torwart 102 Länderspiele, von denen er 52 Partien gewann. Er war bis zum 26. Juni 2014 Rekordtorhüter der USA und wurde dann von Tim Howard mit dessen 103. Länderspiel abgelöst. Er nahm an den Fußball-Weltmeisterschaften 1990, 1998, 2002 und 2006 teil, kam jedoch nur 1998 und 2006 zum Einsatz. In den Jahren 1997, 1999 und 2005 wurde er zum Fußballer des Jahres in den USA gewählt. Beim Fußballturnier bei den Olympischen Sommerspielen 1996 war Keller als einer der drei zulässigen älteren Spieler-Stammtorhüter der Olympiamannschaft der Vereinigten Staaten. Mit der Nationalmannschaft der USA gewann Keller den CONCACAF Gold Cup 2005 und 2007. Nach diesem Turnier hat er seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt. Privates Nach seinem Wechsel zu Borussia Mönchengladbach erfüllte sich Keller einen Kindheitstraum und zog mit seiner Familie in eine alte Ritterburg-Hausdog in Tönesforst. Die amerikanische Popband Barcelona hat ein Lied über Keller geschrieben. In seiner Heimatstadt Lacey im Bundesstaat Washington wurde eine Straße nach ihm benannt. Sie liegt in der Nähe seiner alten High School, North Turston High School. Siehe auch Liste der Fußballspieler mit mindestens 100 Länderspielen.